Herzlich Willkommen zurück bei Drakensang. Wir sind in den Händen des Bosnickles, einem kleinen Kobold, der erstaunlich viel mit Günther Jauch zu tun hat. Der singt auch wieder schon. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter, denn wir müssen noch weiter. Drei weitere, wir haben einen Buchstaben gefunden, wir müssen drei weitere Zwerge finden. Ich gehe jetzt mal hier lang. Mal gucken, was hier so ist. Kuch? Das sieht aus wie eine Grabkammer. Was steht hier? Ich kann es nicht lesen. Wohnkammer. Da wohnen die Zwerge drin. Ah, hier ist ein Zwerg. Der verzehnete Zwerg antwortet nicht. Hallo, Kobold? Und wieder betritt der Kandidat die Hüge. Bereit für die nächste Frage? Aber hallo. Der Zug der tausend Karren? Uga? Ziegen? Oder Drachen? Ach du meine Güte. Ich will schummeln. Der Zug der tausend... So fit bin ich leider nicht. Wie willst du denn schummeln? Ein paar Worten auszuschließen. Ich würde gerne einen meiner Begleiter fragen. Vielleicht zuvor noch einen der Begleiter. Und wen möchtest du befragen? Wer weiße? Vielleicht wissen sie es ja auch nicht. Hihi. Dann ist er flutsch. Futsch. Hm. Na, wen sollen wir nehmen? Ardo, Quano oder Fyrus? Ich wähle Ardo. Ganz klar, Uga. Das war eine Schlacht. Ah, da guck mal an. Wir haben die Begleiter gehört. Nun noch einmal der Zug der tausend... Ah, das weiß ich. Uga! Richtig, du hast gewonnen. Mein bürtiger Gehilfe wird dich gleich mit Worten entlohen. Der zweite Buchstabe ist ein O wie Obstkuchen. Bei Angros gekräuselten Rücken, ah, diese miese Hinterhältige. Und er hat mich zur Sprechpuppe gemacht. Ha, aber du hattest Glück, denn er hat nicht seinen Arm in deinen Hintern gepackt. So wie es bei manchen Sprechpuppen Gang und Usus ist. Soll er doch, wenn ich den in die Finger kriege. Wie hat der Kobold dich erwischt? Ich bin dem Kerlchen hinterher. War ja auch nicht schwer. Immerhin brabbelte er ja die ganze Zeit vor sich hin. Als ich ihn dann gefunden habe, bin ich lautlos an ihn herangepirscht. Grad wollte ich ihn schnappen. Da dreht er sich um und alles wird schwarz vor meinen Augen. Das Kerlchen muss gute Ohren haben. Der ist vor allem ein guter Magier. Das war aber im ersten Teil auch schon. Das werde ich. Nochmal macht der Kobold nicht so einen Narren aus mir. Oh, wie Obstkuchen. Ich hasse Obst. Lieber Pilze und Fleisch, ne? Na gut. Wieder ein Zwerg. Wir haben O und N. Also Otto ist schon mal nicht Norbert. Aber es dürfen ja nur vier Buchstaben sein. N und O. Alte Kiste. Vielleicht ein paar Verbände. Schäbige Kiste. Ah, Kohle. Neh ich die Kohle mit. So, hier ist kein Zwerg. Können wir dann weiter runter? Ah, hier geht es noch weiter. Hier ist... Den Hebel können wir nicht bewegen. Dann gehen wir mal hier rein. Jetzt gehen hier so nach und nach, gehen hier so diese Wohn-Bungalows runter. Gucken wir mal, was wir hier haben. Huch. Hier geht es ja ganz woanders hin. Das Messer sieht man nicht. Das war eine Anlehnung. Wer hat es rausgefunden? An Mäcki Messer. Die Drei-Groschen-Oper von Brecht. Der Haifisch, der hat Zähne. Und Mäcki Messer hat ein Messer oder so ähnlich. Und das Messer, das sieht man nicht. Eine sehr gute Oper. Ich weiß nicht, ob man hier durch kann. Ob das hier safe ist. Das ist aber ein richtiges Labyrinth hier. Hör mal, da haben sie sich ja richtig viel... Was haben wir denn hier? Haben wir einen Mohn. Eine Kiste wieder mal. Geht es da noch weiter? Ich kann es irgendwie nicht richtig sehen. Hulmenholz. Ne, hier geht es nicht weiter. Na gut. Aber hier ist ein Hebel. Der nichts macht. Wieso macht der nichts? Der macht gar nichts. Hm. Vielleicht müssen wir da noch was anderes machen. Was ist denn das überhaupt für eine Mine hier? Das ist ja eine ganz merkwürdige Sache. Das war eine Anlehnung an den Pumuckl. Das war ja wohl mal eindeutig. Was haben wir denn hier? Ein kleines Fass. Ich vermute immer, dass da irgendwelche wertvollen Gegenstände durchführen. Aber wahrscheinlich ist es meistens nicht so. Ne, fünf Bolzen und rostige Nägel. Leider nicht. Gefällt mir aber insgesamt die Quest. Auch wenn man so ein bisschen rumsuchen und laufen muss. So. Hier haben wir wieder diese Köpfe überall. Das Zwergengesichter. Alter, wie groß ist denn das hier? Ich finde mich ja gar nicht mehr zurecht. Hier geht es immer weiter. Es hört nicht mehr auf. Aber auch mal ganz schön. Einfach so durchzulaufen ohne irgendwelche Monster. Hoffentlich wird das nicht hier gleich alles richtig voll gehen. Wer poltert denn laut wie ein Gewitter herein? Jetzt muss ich meine Steinchen wieder in den Schlaf singen. Äh, was? Schon hier? Und poltert wie ein Gewitter? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, Regeln sind Regeln. Nun meine finale Frage. Wie heiße ich? Kasper, Belchior oder Balzer? Ich weiß es nicht. So heiß ich nicht. Da könntest du mich gleich Rippenbiest, Hammelswade oder Schürbein nennen. Na gut. Zurück mit dir und... Okay. Na gut. Also, dann müssen wir hier noch erstmal ein bisschen rumsuchen. Das ist, äh, ja gar nicht so... ...einfach. So, ich... Ah, hier, guck mal. Ich wollte gerade vorspulen, aber da ist schon der nächste versteinerte Zwerg. Ich schau dir auf die Steine. Neues Spiel, neues Glück. Ja. Wie nennen die Torwaler ihre Langschiffe? Kogge? Kutter? Potte? Oder Otter? Ich würde ja Kogge sagen. Kogge? Kogge? Dammit! Jetzt musst du den hier selbst entsteinern. Willst du zum Trost fliegen? Fliegen? Äh, nein. Dann bekommst du zum Abschied noch was? Knuff! So, dann werden wir jetzt mal versuchen, ob das funktioniert, wenn wir den Rest Zinderer da drauflegen. Wenn sich der Zwerg fühlen muss. Wir sollten jede Möglichkeit in Betracht ziehen, ihm zu helfen. Ja, Sargent Ruppelis! Der vierte Buchstabe ist ein O wie Ohrensausen. Ohrensausen? Was zum... Hä? Wer bist du denn? Freund unseres Clans? Oder mit dem Brustnickel im Grunde? Nein! Ich habe dich gerade befreit, du Trottel! Wenn du unser Freund bist, dann schnapp dir diesen elenden Eindringling. Los! Dann gehe ich mal auf Kobold. Frau, du gehst, nimm dieses Gold für die Kobold-Entsorgung. Falls du versagst, hole ich es mir von dir mit meiner Picke schon wieder. Vielen Dank. Ja, 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 ja. Und nun los! So, das war der vierte Buchstabe. Das heißt, wir haben den anderen Stein irgendwo verpasst. Den müssen wir also noch suchen. Jetzt ist wieder mal Zeit vorzuspulen, bis wir zu dem Stein sind. Bis gleich, Freunde! Und Musik ab! Und hier haben wir unseren letzten Stein. Dann wollen wir mal gucken. Los, der Kobold ist wieder da. Bereit für eine weitere Nandureske-Knüffel ein? Aber sicher doch! Wie heißt der letzte Fluss Aventur jetzt? Donnerbach? Großer Fluss? Jagwier? Oder Ingwer? Alter Schwede, weiß ich doch nicht! Drakensang, Fluss der Zeit. Worauf fahren wir denn die ganze Zeit? Verdammt mich nochmal. Großer Fluss? Ich will schummeln. Wie willst du denn schummeln? Ein paar Worten auszuschließen. Gut. Hier die Frage nochmal. Wie heißt der letzte Fluss Aventur jetzt? Tja. Großer Fluss oder Ingwer? Ich weiß, dass einige von euch da draußen sind und wissen die Antwort. Großer Fluss oder Ingwer? Aber ich bin jetzt echt überfragt. Großer Fluss oder Ingwer? Also ich finde großer Fluss klingt ja so trivial. Das würde man, äh, würden die, die Kreatöre von Aventurien glaube ich nicht machen, sondern der heißt ja wahrscheinlich Ingwer. Dammit! Nein, jetzt musst du den hier selbst entsteigern. Ja, ja, ja. Dann bekommst du. Ach, Mann! Was war denn das für ein Knopf hier eigentlich? Spielverderber. Ich habe einen Spielverderber bekommen. Ach, äh, schön. Einfach sehr schön. Ja, äh, sich abwenden. Nochmal. Achso, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Hallo Kobold sage? Oh, falsch geraten haste. Also musste die Zwerge selbst zurück verwandeln. Na gut. Dann mache ich das mal. Das geht ja ganz einfach. Ich bin ein guter Magier. Nicht so ein guter Rätselmensch. Der dritte Buchstabe ist ein G, wie Gold zu Nickel. Was? Wo bin ich? Die Wassermombe ist fort. Ich bin auf Rampe B4. Hä? Wie kann das sein? Tja, Kobold. Das erklärt alles. Ich wollte gerade die Pumpenanlage in Betrieb nehmen, weil Wasser eingebrochen ist. Zack, bumm. Weg war ich. Alles schwarz. Dacht schon, der verklemmte Hebel hätte sich ruckartig gelöst und mich an meinem Kopf erwischt. Gutes Gelingen. So, dir auch Gutes Gelingen. Und wir haben unseren Namen zusammen. Nämlich N-O-G-O. No-Go. Puh, das ist aber ein Scheißname. No-Go. No-Go. Vielleicht muss man den Englisch aussprechen. No Way. Das ist sein Cousin oder sein Bruder. No Way und No-Go gingen in eine Einbahnstraße. Ein beliebtes Märchen unter Kobolden. Ich würde mal sagen, wir können jetzt tatsächlich zu ihm hingehen. In diese Halle zurück, in der wir schon mal waren. War das hier lang? Ich glaube, ja. Und wir werden wieder wie ein Gewitter auf ihn einstürmen. So. Hallo. Wer folgert denn laut wie ein Konfeder bist du hier bei mir? Na dann rat zu, wie ich heiße. Heißt du Hinz? Heißt du Kunz? Nein. Heißt du etwa No-Go? Was? Wie? Das kann nicht wahr sein. Du hast mich ausgetrickst. Jetzt ist es mir wie meinem fetter Rumpelstilzchen ergangen. Gut. Oh, du mein Bezwinger. Befehl mir. Ey, dieses Spiel ist für mich gemacht. Das kann mir keiner erzählen, dass das Zufälle sind. Erst der, äh, der Rumpo am Kai und jetzt auch noch Rumpelstilzchen. Hör zu. Raus mit dir aus der Binge. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Das war nicht Rumpelstilzchen. Ach, bist du gierig. Schau in die Kiste da hinten. Und sei gewarnt. Ihr Tasch ist der gierigste von allen. Und wo er reinschaut, wird er nur Verderben finden. Das stimmt. Da hast du recht. Du bist mir sehr sympathisch, lieber Bosnickel. Schade, dass unsere Bekanntschaft nur zwei Folgen gedauert hat. Das war eine Aufgabe nach meinem Geschmack. Dieser No-Go ist ein echtes Wechselkind. Das stimmt. Diamantenstaub. Und was ist hier? Da ist doch auch noch irgendwas. Uh. Da würde ich mal eine Stange Dynamite reinwerfen. Uh. Die Regenbogenkiste. Wie geil ist das denn? Aber ich gucke erst nochmal hier rein. In die schäbige Kiste. Die Regenbogenkiste läuft es ja zum Glück nicht mehr davon. Zum Abschluss muss ich sagen, dieses Rätsels oder dieser Episode. Herzlichen Dank, liebe Entwickler. Ihr habt mir sehr viel Freude bereitet damit. Ein unidentifizierter Schlüssel. Ein Felsspalter. Glücksbringer. Alter. Malma Angor. Zwergische Panzerstiefel. Geilo Mato. Alter, dieser, äh, der Bosnickel, der wird noch mein bester Freund hier. Finde ich ja super, was der hier alles so gemacht hat. So, können wir denn jetzt eigentlich auch wieder relativ schnell raus? Ja. Das sieht gut aus. Unbefugt, ich habe dich gerettet. Du, äh, du, du, Zwerg. Ich wollte es gerade ausfallen werden, aber na gut. Wenn Girthas dich geschickt hat, dann geht zu ihm und fordere bei ihm seine Dankbarkeit ein. Ich habe einen Zeitplan zu erfüllen. Der ist jetzt schon mächtig verzögert worden. Das bedeutet Sonderschichten. und Sonderschichten bedeuten schlechte Laune. Los, gehen wir zum Ausgang. Zack, zack! Tja. Ich möchte mich gerne mal umsehen. Ach nee, komm. Die tollen Sachen haben wir sowieso bekommen. In der Regenbogenkiste. Ach, schöne Sache. Das war ein netter Ausflug. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben Sanraya wieder gefunden. So, wir gucken nochmal in diese schäbigen Fresser rein. Geheimnisvoll hinter der Eiche stehen. Oder ist das etwa eine Birke? Eine Riesenbirke. Sechs Pfeile, nicht schlecht. Nochmal fünf Pfeile, auch nicht schlecht. So, haben wir hier noch eine Kiste oder irgend sowas? Nee, hier ist alles... Alles wie gehabt. So. Ähm, wie sieht's aus mit unserer... Verberge das... Berge das Seeleninstrument, erzähle Alari von ihrer Schwester. Ja, das ist natürlich eine harte Quest, glaube ich. Da müssen wir gegen den Wasserdrachen kämpfen. Das wird nicht einfach. Ich werde jetzt mal hier wieder zurück... zu Goldsan reisen. Hey, Goldsan. Das hat verflixt lange gedauert. Habt ihr alles geregelt? Was denn? Das hat nur zwei Folgen gedauert. Also, ich habe einen gewissen Bredo Bento getroffen. Warum soll ich ihm das denn erzählen? Äh, ich habe einen Kobold in eurer Bege angetroffen, den ich erfolgreich vertreiben konnte. Gut, gut. Diese Kobolde sind eine Plage. Ich werde gleich weitere Zwerge anstellen, um die verlorene Zeit aufzuholen. Ja, ja. Ja, aber Fogrom nicht. Der gehört zu uns. So, habe ich nun endlich eure Fürsprache? Ja, ja, meinetwegen. Aber nun muss ich mich um die Binge kümmern. Okay. Könnte der Kobold einen Grund für sein Handeln haben? Ähm, sicher. Der Grund ist, dass Kobolde boshafte Rotznasen sind, die nichts als Ärger im Sinn haben. Das glaube ich nicht. Was baut ihr in der Binge eigentlich ab? Hey, was soll das? Ich frage euch auch nicht über eure Privatangelegenheiten aus. Hm, das habe ich anders in Erinnerung. Aber ich habe ein besseres Gedächtnis. Tja. Also, irgendwas scheint da noch sehr im Grauen zu sein. Der hat doch da bestimmt irgendwas Fieses noch vor. Dieses, äh, dieses blaue Glühen, was da hinter den, äh, Dingen, hinter diesen, na, Felsen war am Ende. Hast du schon gehört? Wird bestimmt irgendwas Böses sein, was der da noch vorhat. Wir werden jetzt mal zum Soreman gehen und dann vielleicht endlich mal weiterkommen. Äh, vielleicht muss ich da tatsächlich die, die gute Feiris. Wie kann ich dir helfen? Äh, bitte warte beim Schiff auf mich. Werde ich mal meine gute Feiris zurücklassen. Denn, äh, der Soreman, der war ja so ein bisschen rassistisch und mochte Elfenvolk nicht so gerne. Und, ähm, tja, vielleicht können wir den nachher einfach mit Feiris zusammen dann eins aufs Maul geben. Das wäre doch was. So. Soreman. Du Diebes, du, du Diebesmann, Diebesgutmann. Willst du mich wirklich bei meinen Geschäften stören? Die letzte Stimme, um endlich Donnerfaust zu begegnen? Richtig. Meine Stimme bekommst du nicht für eine persönliche Gefälligkeit. Bei mir geht es um mehr. Es geht um die Frage, bist du vertrauenswürdig? Uh, na, du bist auf jeden Fall nicht vertrauenswürdig. Wie willst du das herausfinden? Bring dieses Schreiben hier zu einem Freund, der mir von einem Raubzug noch den Anteil schuldig ist. Händige ihm den Brief mit meinen Anweisungen ungeöffnet aus. Der Mann heißt Zinkenberwin. Sein Hof liegt östlich von hier im Wald. Und wenn du zurückkommst, triff mich wieder hier und gib mir die Beute. Ganz leicht. Na, da hat's doch auch schon wieder irgendwas Fieses auf sich. Scheint so. Ich komme wieder. Al-Bi-Bak, mein lieber Sore-Mann. Diesen Brief ungeöffnet abgeben. Es ist ja schon eine große Versuchung, muss ich sagen. Wir müssen in den Wald. In welchen Wald eigentlich? Hier hin. Da müssen wir hier runter und da rüber und dann da hoch. Das ist doch ganz einfach. So. Und alle laufen hier an dieser unüberwindbaren Stelle. Und kommen nicht weiter. So. Jetzt brauche ich aber Feires wieder. So, mein Trauen. Das scheint viel zu einfach. Ob wir sicherheitshalber nachschauen, ist in der Nachricht stehen. Tja. Das ist die Sache. Wir brauchen aber diese Fürsprechung. Die brauchen wir ganz dringend. Insofern würde ich das jetzt gerade mal nicht riskieren. Wie kann ich dir helfen? Komm mit. Du darfst wieder mit. Und der gute Soren-Mann hat uns jetzt, hat mit uns gesprochen. Das heißt, wir können wieder mit dir laufen. So, wo müssen wir jetzt hin? Boah, ich bin verwirrt. Karte. Das ist die richtige Richtung. Genau da müssen wir hin. Einmal an Rumpo vorbei. Der inzwischen nur noch ein grobschlechtiger Blabberer ist. Weil wir ja seine Ringen weggenommen haben. Und hier geht's in den Wald. Sind wir da eigentlich schon mal entlang gelaufen? Ich glaube, wir sind in dem anderen Wald entlang gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir hier entlang gelaufen sind. So. Und hier hat es doch bestimmt irgendwas Fieses auf sich. Na gut. Ich glaube, Freunde, wir werden das in der nächsten Folge sehen. Weil ich sehe gerade, dass die Folgenzeit schon wieder über 20 Minuten ist. Obwohl, wir sind jetzt schon da. Also einmal reingucken werde ich schon noch, oder? Der Waldbauer. Ey, lass mich. Sprich mit meinem Kumpel hinterm Haus. Alles klar, Waldbauer. Ich will ja nicht auf die Füße treten. Schönes Hütchen. Irgendwie, äh... Wir haben noch mal über Ferienhäuser geredet. Da war das auch hier dabei. Dieses, glaube ich, dieses Hütchen. So, wie kommen wir denn jetzt denn da hin? Juhu. Hallo. Zinkenbärbin. Da bist du ja. Und nun? Ja, wo laufen sie denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Die laufen irgendwo rein, vielleicht? Na, dann machen wir das doch mal auf hier. Laufen die da einfach gegen. Mensch, die Ziege sieht ja mal cool aus hier mit den geriffelten Hörnern. Hier. Bäh, 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 sehr cool. So, Zinkenbärbin. Mal gucken, ob du wirklich so Zinken hast. Sieht gar nicht so eine große Nase. Hat er gar nicht. Hat er verlaufen, was? Nee, haben wir nicht. Hier ist ein Schreiben. Hä? Was kann das wohl sein? Tja. Aha. So, so. Töten. Bedauere, aber Soreman ist wohl nur auf diese Weise zufriedenzustellen. Na, da habe ich ja Gott sei Dank nochmal Feieres mitgenommen. Was bedauert ihr? Gebt mir das Zeug und gut ist. Welches Zeug? Ihr habt mir die Nachricht überbracht, dass ich euch töten soll. Tja. Gibt es dann keinen anderen Weg? Mir leid, ist nichts Persönliches. Aber wenn Soreman Blut sehen will, dann will er eben Blut sehen. Ach, verdammt mich. Kommt, Zinkenbärbin. Wir können auch hier mal Fünfe gerade sein lassen. Er will wohl euer Blut sehen. Wir sind kampferprobte Helden. Hat ihr Einfallspinsel eigentlich keinen Augenschlag darüber nachgedacht, dass Soreman diesmal nicht uns, sondern euch loswerden will? Hm. Kuanui, ich glaube, das war keine gute Idee, das zu sagen. Beim neunmal Gehörnten. Nach dem ganzen Ärger, den ich mit Soreman in der letzten Zeit hatte, wäre das möglich. Oder aber... Ihr seid einfach nur ein Blender. Huh. Byfax. Sicher könnte ich euch etwas vormachen. Aber ein Restrisiko besteht immer. Jetzt liegt es an euch, eine Entscheidung zu treffen. Sterben oder Leben? Kopf oder Zahl? Folgenstopp oder kein Folgenstopp? Das ist hier die Frage. Und tschüss. Das ist hier die Frage. Vielen Dank.